Herr Ratowski, Krieg in Europa, Inflation, Zinswende. Was heißt das für die Börsen? Nichts Gutes. Es fehlt momentan der Silberstreif am Horizont. Wir haben die Herausforderung einer Knappheit an Rohstoffen, an Energie, an Waren und Dienstleistungen im Wesentlichen zurückzuführen auf den Krieg in der Ukraine und die Lockdown-Maßnahmen in China, damit einhergehend eine steigende Inflation, die möglicherweise galoppiert, zumindest ist kein Ende abzusehen, und Notenbanken, die darauf gezwungenermaßen mit steigenden Zinsen reagieren werden. Diese negative Gemengelage muss sich erst einmal auflösen, bevor sich an der Börse ein nachhaltig positiver Trend wird ausbilden können. Werden Anleihen dank höherer Zinsen bald wieder attraktiv? Früher oder später sicherlich ja. Allerdings ist das momentan noch nicht abzuschätzen, weil die Attraktivität der Anleihen sehr stark davon abhängt, inwieweit die Notenbanken die Zinsen anheben werden und inwieweit sie bereit sein werden, die Bilanzsummen tatsächlich abzubauen. Einen regelrechten Ausverkauf am Anleihenmarkt haben wir derzeit noch nicht gesehen. Sollte das der Fall sein, werden Anleihen in jedem Fall wieder attraktiv. Ihr Fonds entwickelt sich langfristig prima, sackt mitunter aber deutlich ab. Geht's nicht ruhiger? Ja, wenn man die Entwicklung der Börsenkurse immer im Vorhinein wüsste, dann wäre das Absacken nicht so stark. Aber unabhängig davon, dass wir keine seerischen Fähigkeiten haben, hat sich unser Value- und Event-Ansatz für den Arcadis-Garnet Value-Event-Fonds bewährt. Wir konnten seit Auflage des Fonds die Maximum-Drawdowns, das heißt die kumulierten Verlustphasen, pro Kalenderjahr systematisch eingrenzen und das ohne auf eine attraktive Rendite verzichten zu müssen. Liebe Investorinnen und Investoren, ich freue mich außerordentlich, Sie beim diesjährigen Fondsprofessionellkongress in Mannheim begrüßen zu dürfen. Am 21. und 22. Juni kommen Sie zahlreich zum Stand der Ghanet Aktiengesellschaft.